Hey, rein in die nächste Sensation. Wir haben ja heute nichts anderes zu tun. Champions, wir werden sehen uns das nochmal. Nächste Woche gab es einen neuen Earnings Call bei Motorsport Games, also eine Telefonkonferenz, in der neue Details über Le Mans Ultimate erzählt wurden. Unter anderem ging es um ein kostenloses Update im Juni, die 2024er Saison, die als DLCs kommen soll und ein Subscription-Modell für den Online-Multiplayer. Ja, kein Witz, reden wir drüber. Das passiert rund um Le Mans Ultimate. Wir gucken erstmal. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Champion Joe. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sprechen heute ein bisschen über Le Mans Ultimate und über den Earnings Call von Motorsport Games. Die sind ja in Amerika an der Börse und müssen dementsprechend für ihre Investoren immer wieder die Zahlen rausrücken, wie denn sich die Firma aktuell so entwickelt. Und das wird oftmals auch als Möglichkeit genommen, um den Investoren schmackhaft zu machen, was denn in Zukunft so alles passiert und in Aussicht zu stellen, ob ein Wachstum in Zukunft auf jeden Fall möglich ist oder nicht. Das ist ein Tag altes Video. Und das spült immer wieder neue News, auch in unsere Feeds los, immer so ein bisschen versteckt. Also man muss da einmal in den Investorenbereich der Webseite gehen und dann sich als Firma eintragen, um diesen Podcast hören zu können. Der geht dann eine halbe Stunde. Da die Informationen rausziehen, das machen nur die wenigsten. Ich habe mir das Ding einmal für euch reingezogen und wir reden jetzt einfach mal drüber, was ich so interessant fand. Dankeschön Champion Joe, dass du das gemacht hast. Erstens sprechen wir über die 2024er Saison. Für diejenigen, die Le Mans Ultimate noch nicht gespielt haben, das ist ein offiziell lizenziertes Spiel der WEC, also der World Endurance Championship. Also da haben wir die LMHs, wir haben die LMP2-Klasse und eine GTE-Klasse, weil aktuell wird noch die 2023er Saison dargestellt mit eben diesen drei Klassen. Die 2024er Saison, die aktuell auch schon mitten im Gange ist, die hat allerdings nur noch die LMH-Klasse und die GT3-Klasse. Das heißt, LMP2 und GTE sind mittlerweile schon komplett raus aus der WEC und natürlich erwarten die Spieler da draußen, dass es so schnell wie möglich auch die 2024er Saison zum Nachspielen gibt, weil das ist ja am Ende dann auch der Grund, warum man so ein Spiel spielen möchte, um eben so nah wie möglich am Original dran zu sein. Und die gute Nachricht des Earning Calls ist, dass die 2024er Saison jetzt dann bald in Entwicklung geht oder in Entwicklung ist und kommen wird und auch noch bis Ende des Jahres kommen wird. Also wir können uns bis Dezember freuen. Bis dahin sollten alle Fahrzeuge der GT3-Klasse und auch die fehlenden Strecken alle draußen sein. So zumindest im Earning. Dann ist aber auch die Saison wieder rum. Earnings Call erwähnt. Allerdings kommt nicht alles so, wie man das vielleicht als Spieler gerne hätte, sondern es ist schon eher gewinnorientiert angelegt. Als allererstes soll im Juni nochmal ein kostenloses Update kommen. Ein neues Fahrzeug soll da rauskommen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was für ein neues Fahrzeug das sein soll. Die GT3-Klasse werden sie ja jetzt nicht nur ein Fahrzeug releasen und das fällt dann für sich alleine. Das kann ich mir nicht vorstellen und in den anderen Klassen, GTE, LMP2 und auch LMH, fehlen ja eigentlich keine Fahrzeuge der 2023er Saison. Es müsste also, wenn dann schon irgendwas aus der neuen Saison sein, vielleicht Peugeot mit Heckflügel wäre zumindest wahrscheinlich am leichtesten umzusetzen. Warten wir es mal ab. Soll im Juni kommen als kostenloses Update. Und dann sollen Stück für Stück alle Inhalte, wie gesagt, aus der 2024er Saison kommen. Allerdings als DLCs, als Premium-Inhalte, die man sich noch zusätzlich kaufen muss. Trotz, dass das Spiel noch im Early Access ist. Der Kaufpreis wird natürlich einem schon noch neue Updates fürs Spiel bringen. Die sind dann aber eher zum Ausbügeln bestehender Fehler und eben das Spiel als Erlebnis rund zu machen. Aber neue Fahrzeuge und neue Strecken wird man sich zusätzlich kaufen müssen. So klang es zumindest im Earnings Call. Und los wird es gehen wahrscheinlich mit Emula. Die hat Studio 397, die Macher von Lemo Ultimate, nämlich erst kurz vor dem offiziellen Rennen, das in der WC stattgefunden hatte, gescannt. Also da gibt es einen komplett neuen Laserscan und an dem wird jetzt gerade gefeilt. Und der wird dann wahrscheinlich schon im Sommer irgendwann rauskommen. Allgemein sollen alle zwei bis drei Monate große Updates kommen und dann eben bis zum Ende des Jahres ja alles da sein. Von daher können wir uns auf ganz, ganz viel neuen Content in diesem Jahr noch freuen. Da direkt mal die Frage an euch. Findet ihr das ein faires System, dass man jetzt quasi für einen reduzierten Preis den Early Access kaufen konnte, aber die fehlenden Fahrzeuge der 2024er Saison da nicht inbegriffen sind? Schreibt mir da gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Ich finde es so... Ganz... Warte. Von den Lizenzkosten her, die man naja schon auch zahlen muss, und auch die Arbeit, die man jetzt nochmal zusätzlich in die GT3-Klasse stecken muss, weil das ja wirklich viele Fahrzeuge sind, finde ich das schon okay. Der 2023er-Konto mit dem GTE und LMP2 wird ja auch nicht einfach verschwinden. Der wird ja schon auch in Zukunft noch gefahren werden. Also es ist, wie es ist. Klar, kostenloses Update wäre natürlich cool, aber als DLC, wenn sich der Preis in einem Rahmen hält, ist das glaube ich schon okay. Wir haben wieder mal so einen Moment, wo mir, und nicht wegen Champion Show, sondern im Allgemeinen durch die Reaktion, die hervorgeht durch sowas, ich verstehe es nicht, wie die ganze Welt sich immer vorstellt, alles umsonst zu kriegen. Ich raff es nicht. Ich verstehe es nicht. Und es wird definitiv, wenn das rauskommt und das ein bisschen mehr publik ist, wird das schon wieder der Outrage aus der Unterwelt werden. Warum? Was soll das? Wo sind wir hier? Kann ich euch sagen. Denkst du, die arbeiten umsonst? Nee. Zu dir kommt doch auch keiner nach Hause und macht dir deine ganze Bude fit für umsonst. Ihr geht doch auch alle nicht umsonst arbeiten. Da ist kein Abo-Modell drinne. Da ist nix drinne mit wiederkehrenden Geldern, die in die Firma fließen. Solltet ihr jetzt das für lau raushauen und einfach updaten, weil den Grad so danach ist? Also das ist bei Racing Games, die Leute wollen halt immer so Ranking-System und alles muss, der Server muss da sein, rund um die Uhr, die ganze Welt muss zusammenfahren können. Und wir brauchen das immer alles aktuell, aber es darf nichts kosten. Ich verstehe das, dass Menschen nicht viel Geld ausgeben möchten. Ich kann das absolut nachvollziehen. Weil auch nicht jeder eine goldene American Express hat. Kann ich absolut nachvollziehen. Definitiv. Man muss aber auch mal eine Grenze geben, wo man sagt, ey scheiße, okay, ich krieg halt nicht einfach alles umsonst. Das geht einfach nicht. Es ist auch nicht alles umsonst. Es kostet nun mal Geld. Und wenn dann komplette Fahrzeuge reinkommen, die Season, das kostet halt einfach Geld. Wie in jedem anderen Computerspiel mittlerweile auch. Es gibt nichts mehr auf dieser Welt for free. Nicht mal der Scheiß tot ist umsonst. Es ist einfach nicht mehr so. Menschen müssen, und das ist wirklich müssen, für ihre Arbeit bezahlt werden. Es gibt kein Robin Hood Studio mehr. Das gibt es nicht. Und das ist auch schon lange vorbei. Denn der ganze Quatsch, der, äh, also was heißt der ganze Quatsch? Die ganzen Sachen, die an die Realität gebunden sind, die kosten halt einfach super viel Geld. Und das müssen die erstmal A, bezahlen, und dann müssen die Angestellten bezahlt werden, und dann muss das halt irgendwo herkommen. Und das ist halt nicht einfach irgendwo hergeholt und die setzen sich auf Toilette und da kommen Goldbahnen raus. Nee. Die Leute, die das fahren möchten, werden das dann halt bezahlen. Und es ist auch völlig egal, ob das Game Early Access ist oder was auch immer das ist. Das spielt keine Rolle. Vielleicht ist es bis dahin kein Early Access mehr. Das wissen wir alle nicht, weil, äh, Robin das gerade schreibt. Es ist scheißegal. Warum soll dem Early Access nicht auch ein DLC rauskommen? Early Access ist sowieso nur dafür da, dass Leute einfach den ganzen Tag meckern können, weil es ist Early Access. Und das war's. Es ist quasi einfach nur der Schutz vor Leuten, die sonst ausrasten. Ob das fertig ist, zum Beispiel, nehmen wir einfach, nehmen wir einfach mal iRacing. Okay? iRacing ist heute immer noch nicht fertig. Also man könnte an manchen Stellen schon sagen, puh, das ist ja auch immer noch, äh, in der Beta. Also ich meine, wenn wir 2024 haben wir immer noch kein vernünftiges, funktionierendes, äh, Reifenmodell. Regt sich da irgendjemand drüber auf? Warum auch? Weil das ein Prozess ist. Da steht halt nur nicht Early Access dran. Weil du dann Erweiterungen erwickelt hast, äh, bevor du das Spiel erst mal fertig hast. Ja, pass mal auf, kann ich dir sagen. Wir sind hier in einer Wohnung, hier ist ein Zimmer. Da hinten ist meine Toilette, das ist das zweite Zimmer. Und da hinten ist meine Küche, das ist das dritte Zimmer. Hier drinnen arbeite ich. Da hinten arbeitet Mozart. Da drüben, da arbeitet Miezi. Und jetzt stell dir mal vor, wie das funktioniert. Nicht alle arbeiten an derselben Scheiße. Und manche sind halt tatsächlich ein bisschen schneller als andere. Und das haben Leute in all den Jahren noch nie verstanden. Das haben Leute noch nie verstanden. Dass nicht immer an derselben Kacke gearbeitet wird, sondern dass verschiedene Teams hat. Und ich verstehe nicht, warum Leute das nicht raffen. Es gibt ein Team, das macht nur Autos. Dann gibt's ein Team, das macht nur Strecken. Und dann gibt's ein Team, das kümmert sich um, äh, Quality Assurance und Patches und den ganzen Pipapo. Die arbeiten nicht alle an denselben Sachen. Können sie auch gar nicht. Also wo ist das Problem? Ich sehe das Problem nicht. Und sie sollen das Spiel erst mal fertig machen. Das Spiel wird niemals fertig sein. Das wird nie fertig sein. Schau dir ACC an. 1.9, was auch immer. Nee, 1.10 haben wir mittlerweile. Das Spiel ist auch nicht fertig. Das ist auch nicht fertig. Das ist nicht immer ansatzweise irgendwo in die Richtung von fertig. Da regt sich doch auch keiner drüber auf. Wenn die ganzen DLCs werden gekauft. Ist auch nicht fertig. iRacing, auch nicht fertig. Regt sich auch keiner drüber auf. R-Faktor, auch nicht fertig. Race Room, auch nicht fertig. Sind alle nicht fertig. Das hat auch nichts mit schlechter Planung zu tun. Jemand, der an Autos arbeitet, muss doch nicht die Ahnung haben vom Quellcode von dem Spiel. Jemand, der Strecken macht, hat auch keine Ahnung vom Quellcode vom Spiel. Wie stellt ihr euch das denn vor? Ich glaube, wir müssen demnächst wirklich mal einen Spieleentwickler zum Dizzycast einladen, der euch mal erklärt, in wie vielen Teilen das aufgebaut ist und wer von wem eine Ahnung hat. Weil ich hatte glücklicherweise, durfte ich in meiner Lebzeit schon mal in drei Studios drin sein, um mir das mal erklären zu lassen, damit ich endlich mal für mich selber entdeckt habe, nicht ständig zu sagen, ihr solltet erstmal das Spiel fertig machen. Weil so läuft das nicht. Und das läuft auch in großen Konzernen und da wird wahrscheinlich der ein oder andere gerade hier sein, der in einem Konzern arbeitet, der wird dir das auch sagen, dass der Hase so nicht läuft. Und das wird auch nie so laufen. Weil dort hunderte von Angestellten sind. Und hunderte von Angestellten machen nicht alle dasselbe. Und die fixen auch nicht deine Bugs. Weil da sitzen 20 in dem Fall und machen gerade das Reifenmodell. Dann machen 30 Leute irgendwelche Autos. 40 Leute machen irgendwelche Strecken. 5 Leute machen Marketing. 3 Leute kümmern sich um das Wohlbefinden der Menschen. Und die arbeiten nicht alle an denselben Sachen. Warum das Spiel als Early Access rausgekommen ist, kann ich dir sagen. Und das ist hier die beste Erklärung dazu. Was geht hier vorne los als Champion Show? Hier. Investorencall. Weil die sitzen nämlich da und machen den hier. Jetzt habe ich 30 Sachen aufgemacht. Selbiges gilt für Fanatec. Fanatec, auch ohne jetzt da drauf zu hauen, weil es sehr gut dazu passt, die sind an der Börse. Die müssen abliefern. Da werden Berichte erstellt, die du dir angucken kannst. Die werden ein bisschen hübsch gemacht, damit Leute sich freuen. Und die das Geld da reingehauen haben. Ihr wahrscheinlich, und das ist sehr wahrscheinlich, sitzt dahinter jemand, der sagt, du, wir würden das gerne releasen. Vielleicht, und das ist jetzt nur eine Mutmaßung, sitzt auch die WEC dahinter und sagt sich so, du, wir wollen dieses Jahr super gerne am Ende des Jahres noch einen Rennen veranstalten. Und dann hat die WEC da vielleicht auch noch ein bisschen Cash reingehauen. Und weil dann da sich jemand sitzt und ein bisschen Schnappatmung kriegt, wird das halt als Early Access Release. Und das sind alles Sachen, die wir alle nicht wissen. Das wissen wir alle nicht. Aber wir sitzen hier und beschweren uns darüber, dass A, jemand Geld verdienen möchte und B, dass es Early Access ist oder C, über sonst welche anderen Sachen. ohne, also, ohne, dass wir überhaupt auf solche Sachen Rücksicht nehmen. Du musst es hier nicht kaufen. Und das ist das Schöne an der ganzen Welt. Du musst dir das nicht kaufen. Du kannst dich da noch und nöcher drüber aufregen. Dieses System, was wir hier gerade fahren, und das kann ich dir nach 10 Jahren Stream sagen, existiert seit DayZ. Und das hat angefangen in 2013. Und seitdem ist das auf dem Spielemarkt absolut legitim und wird seitdem durchgeführt. Und es ist eine 50-50-Chance, ob es gut wird oder nicht. Aber das, was hier passiert, ist nicht schlimm, weil sie zeigen Engagement, sie patchen ohne Ende, sind wirklich dabei. sind sie, sie kommunizieren viel, machen sie richtig, und sie kümmern sich um den neuen Content, was auch gut ist, und erzählen dir davon. Und es kostet halt Geld, weil du kriegst nichts for free. Wirst du nicht kriegen. Du weißt doch aber noch gar nicht, wann die DLCs rauskommen, Robin. Wisst ihr, das Schöne ist immer, das, was du gerade machst, Robin, habe ich auch vor einem Jahr, anderthalb, zwei, drei, vier, sowas auch gesagt. Das System ist viel komplexer, als du dir das überhaupt vorstellen kannst. Da hängen hunderte, wenn nicht sogar tausende, Arbeitsplätze dran. Und bevor es gar nicht stattfindet, hält irgendeiner seinen Kopf hin und sagt, komm, wir drücken das jetzt ab. Wir machen das jetzt. Weil sonst haben wir nämlich gar nichts davon. Und was heißt, das Spiel ist unfertig. Wir können immer noch uns hinsetzen und darüber zu philosophieren, was unfertig ist und was nicht. Also nur, weil Early Access dran steht. Also wir können auch in andere Sims reingehen und genau dasselbe machen. Aber es ist, Spieleentwicklung hängt mit sehr viel Geld zusammen und mit sehr viel Geld entsteht sehr viel Druck. Und da muss man manchmal Entscheidungen treffen, die halt nicht so gut sind. Und auch hier an dieser Stelle, wenn sie das rausbringen wollen, dieses aktuelle Line-Up, dann können sie das tun und dann könnten sie ihn auch gerne in DLC rausbringen. Da wären sie nicht die Ersten, die in der Early Access in DLC rausbringen. Und das wussten wir auch vorher alle schon, dass das passieren würde. Und ich denke, der Kracher kommt sogar erst noch. Und da wird wieder ein richtiger Aufschrei sein. Deswegen gucken wir jetzt erstmal ganz kurz weiter. Dann der große Hammer eigentlich. Es soll ein Subscription-Based Model kommen, also ein Abo-Modell für den Online-Multiplayer. Und jetzt atmen wir erstmal alle durch. Ja, man orientiert sich da ein bisschen an iRacing, aber es soll nicht alles hinter der Bezahlschranke landen, sondern nur bestimmte Teile. Der Online-Modus von LeMond Ultimate heißt ja Race Control und den gab es ja davor auch schon in A-Factor 2. Da hat man schon ein bisschen mit Rom experimentiert und der bietet doch einen ziemlich coolen Online-Multiplayer mit Safety Rating, mit Online Rating und auch so Level, die man freispielen kann von Bronze zu Silber, zu Gold und dann noch zu höheren Leveln. Also es ist auf jeden Fall eine Motivation da für die Spiele und es ist ein cooles Online-System, das aktuell in erster Linie Daily Rennen anbietet. Also alle paar Minuten starten da verschiedenste Rennen mit den drei verschiedenen Klassen und dann gibt es immer noch mal große von Studio 397 organisierte Events, wo dann sich auch mehr Leute noch mal treffen für größere, längere, ja Multiklass-Rennen. Also sehr, sehr cooles System im Moment und es soll in Zukunft auch weiterhin kostenlose Rennen geben. Das wurde auf jeden Fall schon mal so gesagt, dass es weiterhin kostenlose Events geben soll. Ich kann mir vorstellen, dass gerade die Daily Rennen da vermutlich auch weiterhin kostenlos bleiben werden. Doch dann ist die Frage, wie schafft man eben diesen Mehrwert, um die Leute zu so einem Abo-Modell zu verleiten? Was wird tatsächlich am Ende hinter der Bezahlschranke landen? Gibt es eventuell dann nur noch eine Klasse in den Daily Races, dass man zum Beispiel nur noch GTE-GT3s fahren wird und LMP2, LMH landet dann, wie gesagt, hinter dem Abo-Modell? Könnte so eine Sache sein. Oder nur die Special Events sind dann eben bezahlt. Oder längere Rennen mit Multiclassing landen hinter der Bezahlschranke. Also es gibt schon einige Ideen, wie man das umsetzen könnte. Den meisten wird das aber nicht schmecken, kann ich mir vorstellen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe da schon auch ein bisschen Bauchschmerzen und ich befürchte, dass man sich damit so ein ganz klein bisschen selber in den Fuß schießt mit dieser Aktion. Ne, tun sie nicht. Damit setzen sie erstmal A, setzen sie damit ein, äh, ein Exempel, was gut ist und sehr wichtig. Und das sag ich, der, äh, auch nicht unbedingt wohlhabend ist und mir das auch nicht schmeckt, weil ich hasse Abo-Modelle. Auf der anderen Seite sag ich mir aber auch immer, wenn ich abonniere und jeden Monat Geld habe, hat die Firma Cashflow und das sichert die Qualität des Spiels ab. Das sichert die Qualität des Spiels ab. Und das siehst du, auch wenn das überhaupt jeden, und das wird auch hier wieder unter dem Video passieren, jeden ankotzt, aber im iRacing ist deine Qualität gesichert. Wird sie immer sein, deine Qualität ist dort immer gesichert. Du weißt, dass da immer und immer und immer und immer wieder was Neues kommt. Wird es. Es ist vielleicht nicht das modernste von der Grafik, aber du hast immer den neuesten Shit, solange sie die Lizenzen haben. Und es wird massig gepatcht, regelmäßig kommt neuer Stuff raus, den musst du bezahlen, aber durch dieses Abo-Modell ist die Firma finanziell abgesichert, dadurch sind Mitarbeiter abgesichert und da müssen keine komischen irgendwelche Kalkulationen aufgestellt werden und so weiter und so fort. Und jeder und ich sag's so wie es ist, im Simracing sollte jeder Online-Dienst für Qualitätssicherung ein Abo-Modell haben. Und wenn's nur 5 Euro sind oder 2,50, dass halt kontinuierlicher Cashflow reinkommt in die Firma, dass sie mit Zahlen rechnen können, damit sie ihre Angestellten bezahlen können und mal ordentlich kalkulieren können. Und das machen ganz viele Leute nicht und das ist sehr, sehr katastrophal. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, das bleibt nachher nicht aus, weil ich möchte, dass die Leute, wenn sie fahren, das bestmögliche Erlebnis haben. Weil wenn wir mal auf die Spielerzahlen schauen von Le Mans Ultimate, sind wir relativ stark gestartet im Februar, als das Spiel rausgekommen ist, mit über 1500 Spielern im Average. Das war schon richtig, richtig gut. Jetzt sind wir allerdings nur noch bei so knapp 320 Spielern täglich im Average, was dann doch schon ein deutlicher Rückgang ist der Spielerbasis. Und wenn man da jetzt nochmal halbiert oder vielleicht sogar nur noch ein Drittel der Spieler hat, wenn man so ein Subscription-Modell noch einführt, wo dann eben die Spielerbasis nochmal aufgesplittet wird, kann ich mir vorstellen, dass das zu leeren Servern führt und sich das Subscription-Modell am Ende nicht durchsetzen wird. Aber jetzt darfst du ja nicht vergessen, Champion Joe, und das fehlt gerade in deiner Perspektive bei der Erzählung. Ich weiß nicht, ob es gleich kommt und ich mich wieder zu früh aus dem Fenster gelehnt habe, das Spiel hat auch gerade immer noch seine Probleme, weswegen Leute das nicht fahren. Wenn das Spiel laufen würde, würden das viel mehr Menschen fahren, viel, viel mehr, weil die Leute sind müde und das ist bei einer Early Access normal und das war bei Assetto Corsa Competizione war das auch so, will das irgendwann keiner mehr fahren. Selbst die größten Fans sagen sich dann, nee, ich möchte nicht, dass mir jedes Mal, wenn ich ein Renn starte, mir das Spiel abschmiert, weil sie nach einem Monat oder zwei einfach es leid sind, ständig ihr Spiel neu starten zu müssen oder wieder irgendwo was zu googeln, wie sie irgendeinen Fehler umgehen können und deswegen fahren aktuell nicht viele Leute. Wenn das funktionieren würde, die Basics, was nicht schlimm ist, dass sie nicht funktionieren, Early Access, für mich völlig fein, versteht mich nicht, miss, wären die Spielerzahlen exorbitant hoch. Dann wären sie exorbitant hoch. Bloß, dass sie halt auch einfach immer noch Konkurrenz haben, wo du das auch fahren kannst. Aber am Ende des Tages bringt dieses Subscription-Modell noch viel mehr Probleme, weil was ist zum Beispiel mit von Spielern selbst aufgesetzten Servern, eigen kreierte Rennen, da muss man dann wieder einen Blick Richtung iRacing werfen, wie es dort ist und da zahlt man pro Stunde und muss die Server direkt über iRacing buchen. Hat Studium 3997, Le Mans Ultimate, sowas am Ende auch vor? Das könnte der Community, die eigene Rennen, eigene Veranstaltungen eben veranstalten möchte, doch schon einen ganz schönen Strich durch die Rechnung machen. Ich bin, ja, ich hab ein bisschen Auch hier nicht, weil selbst bei iRacing finden noch mehr als genug Liegen statt, mehr als genug eigene Rennen, weil sich irgendwann Leute damit halt abgefunden haben, dass das so ist, wie es ist. Bauchschmerzen und ich fürchte, das könnte ein ganz schlechter Move sein, vor allem, weil das Spiel ja noch im Early Access ist und noch nicht mal fertig und jetzt drohen durch die DLCs, wo man ja eigentlich gerne das Geld zahlt, um das Studio zu unterstützen, noch mehr Kosten durch ein Online-Subscription-Modell. Was sagt ihr? Könnt ihr einfach nachvollziehen, dass es bei Motorsport Games eben nicht so gut läuft und die jeden Cent brauchen, um das Projekt überhaupt am Leben zu erhalten? Oder denkt ihr eher einfach an die Community, an den Consumer-Gedanken, dass das ganz schön viel Geld ist, das man zahlen muss für A, ein unfertiges Spiel und B, für Features, die jetzt aktuell noch kostenlos sind? Wobei wir ja natürlich noch nicht genau wissen, welche sonstigen Online-Features eventuell mit dem Subscription-Modell noch dazukommen. Erstmal wissen wir überhaupt gar nicht, wie teuer das ist. Wir haben noch überhaupt gar keine Zahl. Wir wissen überhaupt nichts. Also können wir auch schon gar nicht wieder anfangen, groß auf den Putz zu hauen und uns darüber aufregen, wie teuer das ist, wenn wir es noch nicht mal wissen. Dann, wenn das am Ende des Jahres passieren soll, wie ja gerade gesagt wurde, was du ja recherchiert hast, dann sind wir jetzt gerade im fünften Monat und haben immer noch sieben zur Verfügung. Das heißt, wir haben überhaupt keine Ahnung, was in sieben Monaten ist. Vielleicht sind die in sieben Monaten raus aus dem Early Access. Das wissen wir gar nicht. Also warum sollen wir denn über sowas schon diskutieren? Wenn wir weder A, die Preise kennen, noch was hinter der Subscription steckt und so weiter und so fort. Es gibt keine Informationen dazu. Gibt es nicht. Also gibt es auch eigentlich keinen Grund dafür, sich darüber aufzuregen. Einfach ungefiltert unten rein, bleibt einfach sittlich und diskutiert über das Thema wie normale Menschen ohne die Fanbrille und auch ohne alles einfach zu hassen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin sich das Ganze entwickeln wird und wenn es neue News dazu gibt, dann erfahrt ihr die hier auf dem Channel. Also gerne ein Abo dalassen. Aber das war es für heute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao. Also es gibt gar keinen Diskussionsbedarf. um diese ganze Geschichte. Gibt es nicht. Also es gibt die Infos und das war es. Also es freut mich, das war bei jüngsten Themen, war das halt auch, ist das auch immer so eine Sache, also gerade, nee, also gerade, wenn Early Access da draufsteht, rasten die Leute immer irgendwie komplett aus und beim Racing rasten die Leute, wenn sie Subscription hören, rasten die sowieso immer gleich aus, weil dann kommt die iRacing-Brille, was ich nachvollziehen kann. iRacing kostet halt viel Geld, das müssen wir nicht von der Hand weisen und ich will da jetzt auch nicht stundenlang drüber diskutieren, aber wenn wir wirklich alle mal ehrlich sind, weil ich das auch gerade im Dings gefragt wurde, weil Byfi mich das gefragt hat, nicht mal LFM sollte for free sein, nicht mal das sollte for free sein, weil da Menschen dahinter sitzen und das vergessen immer ganz, 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 ganz viele Menschen, da sitzen Menschen dahinter, die ackern von Tag bis Nacht durchweg, dass jeder eine tolle Experience hat, also dass wirklich alle eine supergeile Experience haben und dann kommt immer noch jemand, der sich darüber aufregt, dass irgendwas nicht funktioniert und es ist for free und das ist ein gar nicht mal so kleiner Teil und was dabei immer vergessen wird und das, das muss jeder im Kopf behalten, jeder, auch wenn wir jetzt hier bei solchen Firmen von Millionen reden oder manchmal sogar Milliarden, das ist jetzt nicht so, als wenn da jemand sitzt und sich eine dicke Rolex an die Dings macht, wahrscheinlich schon, aber nicht jeder wird dadurch reich und Menschen und selbst du da draußen gehst nicht für umsonst arbeiten und es ist auf dieser Welt nicht alles umsonst. Wenn du das gerne machen möchtest und dich dazu entschließt, das zu tun, was für die Community zu machen oder was Gutes zu tun, ist das vollkommen fein. Aber es ist auf dieser Welt nicht alles umsonst und nicht jeder Mensch auf dieser Welt geht umsonst arbeiten und das dürfen wir beim besten Willen niemals vergessen und auch hier dieses ganze, ganze Zeug, wir können uns darüber aufregen und wir können alle, dann kommt wieder der Nächste, der sich sagt, ach, wir können bei Amazon Rootserver mieten für einen Apple und einen IEDs, Ananas und Serverkosten, ach, dass ich nicht lache. Kannst du alles machen, da sitzt trotzdem ein Mensch dahinter, nicht nur einer, der sich ständig und immer wieder darum kümmert und der möchte bezahlt werden. Und wenn wir im Online-Modus, also wenn wir online fahren wollen und das bestmögliche Erlebnis haben wollen und die bestmöglichen Patches und immer alles up to date sein sollte, bin ich der Meinung und habe und vertrete auch die Ansicht, dass da jeden Monat zu der Firma Cash reinkommen muss, mit dem sie rechnen können und nichts mit for free. Und meinetwegen können, sollen die Autos auch was kosten und die DLCs und meinetwegen ist das auch Early Access. Auch alles, verstehe ich auch, aber das ist in sieben Monaten. Wir sind jetzt im Mai, also es lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen, weil es im Dezember passieren soll, Ende des Jahres. Zwischendurch kommen noch Free Patches. Also es ergibt keinen Sinn, sich darüber jetzt in diesem Moment, just in diesem Moment darüber aufzuregen. Im Dezember. Denn kann man darüber sprechen. Weil bis Dezember noch viel Zeit.